Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Suicide of Rachel Foster. Ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel noch geht. Es wirkt zumindest wie das Ende schon mal, aber ja, in der letzten Folge waren wir oben auf dem Dachboden, haben ja das Video, also besser gesagt diese Bandaufnahme vom Vater gehört. Dann erschien ja auf geisterhafte Art und Weise auf der Tafel die Worte Mörder. Und wie haben wir das Mannekenzimmer gefunden, wo ja Rachel Foster mit dem Baby am Bauch da lag als Manneken und ein anderer Manneken, weiblicher Manneken mit einem Hockeyschläger und zwar den Hockeyschläger von Nicole dastand. Und wir wissen auch, dass Rachel Foster am Abend, wo dieser Spiel stattfand, gestorben ist. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass wir Rachel Foster getötet haben. Naja, und jetzt haben wir den Schlüssel von der Mutter von Nicole. Die heißt Claire, das wusste ich zum Beispiel nicht. Auf dem Schlüssel stand nämlich Claire drauf. Ja, wir können scheinbar damit den Kofferraum öffnen. Okay, was ist das denn? Moms Auto. Okay. Was ist in dieser Decke? Was ist sie, 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 was ist sie. Oh Gott, haben wir sie wirklich umgebracht? Gibt es Irving überhaupt? Wir müssen zur Laundry. Boiler. Geht's hier zur Laundry. Da geht's zu irgendeinem kleinen Raum. Da waren wir auch nie drin. Also es gibt hier im Spiel Räume, da waren wir nie drin. Ach, das ist die Seite. Einen Tisch hier, okay. So, jetzt müssen wir zum Waschraum. Um ehrlich zu sein, ich will da gar nicht hin eigentlich. Da geht's zur Kirsche. Da. Wir sollen die Decke waschen. Ach, das ist ein Trockner, ne? Nee, das sind Waschmaschinen. Okay. Kann ich's da irgendwie einführen? Oh. Oh Gott, ey. Das Wasser sieht schön aus. Okay. Oh Gott, ey. Welche Zahnspange. Wir haben sie getötet. Scheiße. Okay. Okay. als der Hockey-Game in Missoula. Reverend Foster war so busy mit der Präparationen der Beobachtungen für die Schöne in der Timberline-Church. Und meine Mutter, Claire, sagte, dass wir zurückkommen vom Spiel in Zeit für die Distribution. Sie hat mein Vater geholfen, und er kommt mit seiner gesamten Familie. Du und Rachel. Ja. Ich erinnere mich, dass sie heute Abend waren. Ich konnte mich nicht finden. Ich panischte, und ich ging nach der Garage. Claire war da. Red in der Gesicht. Sieht ihr. Sieht ihr? Sieht ihr? Es war nur ein fleißiger Gefühl. Deshalb habe ich es aus meiner Erinnerung. Ich musste es erinnern, verstehen Sie? Was war sie? Es war nicht sie. Es war eine... eine schreckliche Kreatur. Ein... ein... ein gefährliches Tier. Ich habe sie nie so gesehen, oder nachher gesehen. Nicht sogar auf ihrem Tod. Wie ein Wolf. Und dann... hat sie ihre Hände auf ihren Händen, verletzt. Sie schreit. Und da war sie wieder. Meine Mutter. Ich dachte, es muss nur die Impression eines Momenten sein. Ich hatte die Finale gegen Cold Springs High, mich erwartend. Ich bin in der Auto, schraubt meine Pfanne in der Rückseite. Mein Hockey-Stick war da. Claire sagte, sie hat es verletzt. Sie hat es verletzt. Sie hat es verletzt. Es geht weiter. Nein. Ich... 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 Wir... Wir sind da auf der Zeit, und ich spielte. Das beste Spiel meiner Leben. Und das letzte. Claire war auf den Blechern, empfiehlt mich, und schreitend. Und dann habe ich sie verloren. Für zwei ganze Zeit, glaube ich. Und später, wenn ich gefragt habe, sie sagte, sie hat sie verletzt, weil der Vater Marty O'Donigle war auf ihren Händen. Aber es war nicht wahr. Es ist genug Zeit, um zurück nach dem Auto zu gehen. Ich sage es nicht. Irving, ich sage es nicht. 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 Was ist das für eine kranke Familie? Du hast deine Revenz. Ich hoffe, dass alles das, die du mit dem du warst. Ich wollte dir, dass du mir helfen kannst, um die Wahrheit zu finden. Du sagst, dass du nicht wissen, dass Claire... Ich war nur ein Kind. Ich wollte mich nicht mehr auf den Boden. Rachel ist... ist hier? Ich glaube, dass sie mich noch immer schützt. Aber ich habe jetzt grown. Wir haben jetzt gewonnen. Jetzt können wir uns alle wiederholen. Was? Warte, woher gehst du? Listen, wir können Dinge ausprobieren. Was passiert ist schrecklich. Aber alle die Hauptspieler in dieser Geschichte sind tot. Verstehst du? Tot. Was hättet ihr denn tun sollen? Der ist draußen und der ist im Schnee. Was? Irving, woher bist du? Es ist weit, wie weit ich die Augen kann sehen. Beyond die Mountains. Du... Du hast den Hotel? Aber... Es ist zu kalt. Du... Du wirst du da draußen. Irving, bitte. Du bist in der Nacht. Du bist in der Flucht. Du hast mich frei. Jetzt kann ich endlich auf den Licht. Ich kann... Und zurück. Ich kann... Nein... ... Nehm... ... Du kannst nicht. Du kannst nicht. Nehm also. Wir haben unsere Brüche. Es ist nicht so, meine Gefühle, meine... ... ... ... Tragmatisch, stöbber, Nicky. Wir treffen uns wieder. Wieder eine andere Zeit. Beyond this horizon of events. Everything is... Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Was mache ich jetzt? Ich will nicht hier sein, ich... 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 Scheiße. Ah, wer ist da? Rachel? Ist das du? Alter... Die Gänsehaut überall. Ach du Scheiße. Hä? Welche Zahnspange? Was ist das? Da. Ja? Ich bin mir, Jenkins, die Arbeiterin. Ich kann endlich durchführen. Du wirst nicht wie viele Male versucht. Ich kann dich nicht hören. Die Verbindung ist schlecht. Wie geht's dir? Ich war wirklich Angst vor der Wunsch. Ich bin gut. Great. Ich bin froh. Du wirst sicher... Listen, ich will nicht mehr verkaufen das Hotel. Was? Damned Interferenz. Ich habe dich nicht gesehen. Was hast du gesagt? Ich will nicht mehr verkaufen das Hotel. Du hast wirklich gut gemacht. Ich bin froh. Ihr Job ist fertig. Danke. Oh, oh, well... Ich verstehe. Well, du bist der Chef. Und du hast alle righte zu entscheiden. Aber vielleicht sollten wir darüber sprechen, in person. Ich möchte verstehen. Diese Entscheidung... Was geht hier? Jetzt hast du den Verstand richtig verloren. Sie hat echt den Verstand verloren. Vater, Mom, Dad. Es wäre so schön. Wait, wait. Ich habe alles, was du mir fragst. Ich habe alles, was du mir fragst. Einschalten. Können wir das abstellen? Hey. Ausmachen. Mach aus. Schalt ab. Oh, ey. Ach, du Scheiße, ey. The suicide of Rachel Foster. Also, ich hab echt überall Gänsehaut. Arme, Beine, alles. Selbst Kopfhaut hat jetzt Gänsehaut gerade. Heftig. Das hab ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Oh nein, das Lied wird gestrikt. Da ist bestimmt ein Copyright drauf. Also, das heißt, wenn da ein Copyright drauf ist, hört ihr eh nicht, was ich jetzt sage. Yay! Das war schon bei Blackwood Forest so und auch bei Portal. Das heißt, ich darf das wieder ersetzen. Naja, bevor es weitergeht mit der Musik, würde ich sie abbrechen. Ach, das geht. Okay. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ich fand's beeindruckend. Also, schon allein die Erfahrungen, die man dadurch sammelt, auch... Also, ich weiß nicht. So, die Geschichten sind... Wenn sie gut sind, dann berühren sie einen auf irgendeine Art und Weise. Und das ist halt gut, meiner Meinung nach. Weil... Ja, man sieht's ja. Also, Rachel konnte nichts dafür. Es war ein 16-jähriges Mädchen. Und dann auch noch schwanger. Ein älterer Mann hat sie verführt, sag ich mal. Oder andersrum, egal wie rum. Sie war das Kind. Und die Frau von dem Mann hat sie umgebracht. Und kausal, deshalb hat sich dann der Bruder von Rachel auch umgebracht. Jahre später. Und zwar am Ende jetzt eben. Und eigentlich hätten wir uns fast auch umgebracht. Ja. Nicht schön. Da haben wir noch wenigstens noch die Kurve gekriegt und... Ja. Den Zorn hinter uns gelassen. Sondern nur noch Liebe. Schöne Message eigentlich. Wenn's nicht so traurig wäre. Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat. Falls ihr solche Sachen mögt. Könnt ihr mir ja gerne unten in die Kommentare schreiben. Ob ich sowas öfter spielen soll. Oder einen anderen Walking Simulator. Oder irgendein anderes Spiel mit einer geilen Story. Kann auch was Längeres sein. Kann auch was Kürzeres sein. Das ist mir... Egal. Hauptsache es ist gut. Also Blackwood Forest hat mich ja damals aus den Socken gehauen. Obwohl es so kurz war. Das hier jetzt auch. Also irgendwie Walking Simulator sind schon krass. Muss ich ehrlich sagen. Also wenn die gut geschrieben sind. Ich hab mal Gone Home gespielt. Das fand ich nicht so toll. Also die Story dahinter war irgendwie schön. Aber das Spiel war leer. Hier hatte ich nie das Gefühl, dass irgendwas leer oder unnötig ist. Bei Gone Home hatte ich dann das Problem. Die Storys und die Charaktere waren zwar schön geschrieben. Du konntest viel entdecken. Aber... Ja, das war irgendwie so. War auch einer der ersten. Klar, das weiß ich ja. Als nächstes oder einer der nächsten Walking Simulator, die ich spielen will, ist What Remains Ida Finch. Hab ich auch noch nicht gespielt. The Vanishing of Ethan Carter. Müsste auch ein Walking Simulator sein. Und ich hatte noch einen. Naja, werdet ihr ja dann sehen. Oder spätestens dann, wenn ich nochmal ein Let's Play zu einem Walking Simulator mache. Ja, wie gesagt, falls es euch gefallen hat, Kommentar da lassen. Würde mich freuen. Daumen hoch auch. Wenn ihr solche Videos mögt, oder generell meine Let's Plays, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Das würde mir sehr weiterhelfen. Würde mich auch freuen. Ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.